Prinz William warnt, kann Prinz nicht vertraut werden? Ist das Band zwischen den beiden Brüdern nun endgültig durchtrennt? Bereits in ihrer Netflix-Doku haben Prinz Harry, 38, und seine Ehefrau Herzogin Meghahn, 41, ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei so einiges offengelegt. Den großen Knall hatte es nun jedoch mit Harrys Memoiren Reserve gegeben. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld, so auch über seinen Bruder. Laut Prinz William, 40, könne Harry jedoch nicht vertraut werden. Für William ist Harrys Geschichte nur Schall und Brauch und ihm könne nicht vertraut werden. Äußerte sich ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Tronfolger selbst versuche sein Leben derweil fortzuführen. Doch durch die Veröffentlichung der privaten Geschichten habe es einen massiven Bruch des Vertrauens gegeben. In Reserve berichtet Harry unter anderem von einem Streit mit seinem Bruder, bei dem es um seine Frau Meghahn gegangen sei. Dabei habe William den 38-Jährigen bei dem hitzigen Gespräch zu Boden geschlagen. Der Prinz von Wallis habe seine Schwägerin währenddessen als schwierig, unhöflich und agresiv bezeichnet. Unde ist du ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grapperul din Totu, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text. Mafia, Parasitii, Dragonul, Maxi, Gespe. Chimie, Rimaru, Spike, Puiasi, Schwabow. Grasul, nimeni altul, te-l vedeți sau Carbo. Trebuie să vă mănânc verzi cu verzi card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu posul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când atunci.